Hallo und willkommen im Yoga-Zentrum Jena. Ich bin André. Ich bin Gaby. Heute haben wir eine Stunde zur Kräftigung der Bauchmuskulatur vorbereitet. Es ist eine kraftvolle Stunde. Wir hoffen, es macht Spaß. Es sollte in der Körpermitte heiß werden. Und hoffentlich gibt es auch Anregungen für die eigene Übungspraxis. Los geht's! Gut. Beginn in der Rückenlage. Die Beine aufgestellt. Die Füße etwa auf Mattenbreite auseinandergenommen. Die Knie dürfen sich leicht berühren. Bring die Hände zur Körpermitte. Das heißt, leg sie auf deinen Bauch. Um hier erst mal anzukommen, zu atmen, zu spüren. Dehn deine Atmung durchaus ein wenig aus. Lange Einatmung, lange Ausatmung. Bereite die Arme zur Seite aus. Stelle die Füße wieder zusammen. Verlage deine Hüfte etwas nach rechts. Um dann mit der Hüfte nach links zu rollen, nach links zu drehen. Und den Blick nach rechts zu nehmen. Eine einfache Drehung in der Rückenlage. Erst mal zum Ankommen. Atmen. Vorbereitend einatmen. Mit der Ausatmung geht es zurück. Leg die Hüfte diesmal etwas nach links. Und roll nach rechts. Der Kopf geht gleichzeitig nach links in die Drehung. Atme, entspann dich in diese Drehung hinein. Komm hier erst mal an. Wieder einatmen. Ausatmen geht es wieder zurück in die Rückenlage. Hüfte mittig, Beine aufgestellt. Greif dir die Knie mit den Händen. Zieh die zum Oberkörper heran. Die Knie sind etwas geöffnet, also die gehen seitlich jeweils zu den Schultern. Die großen Zehen berühren sich. Und dann streck die Arme so, dass sie Richtung Decke zeigen. Die Handflächen noch Richtung Decke zeigen. Heb dich mit dem Oberkörper etwas ab, dass die Schultern Richtung Knie kommen. Und halte das. Die Handflächen Richtung Decke geschoben. Die Knie und die Schultern zusammengezogen. Und atmen. Und löst wieder auf. Greif dir die Knie, zieh dir heran, dass du unter dem Rücken schön lang bist. Dann streck beide Arme nach rechts vorn, so außen am rechten Knie vorbei. Hebe den Kopf, den Oberkörper leicht an. Vor allem die linke Schulter ist gehoben, die rechte auch leicht. Also Drehung. Die Knie gehen zur linken Schulter rüber. Atme in dieser Drehung. Bleib hier. Einatmen vorbereitend. Ausatmen. Leg dich wieder ab. Greif dir die Knie. Wieder einatmen vorbereitend. Ausatmen geht es nach links. Also die Hände strecken. Nach links vorn. Der Oberkörper leicht gehoben. Die Knie gehen leicht nach rechts. Ausatmen. Ausatmen. Und atme. Steigerung sogar noch die Zehen extra nach oben gestreckt. Streck die Hände nach oben. Finger nach oben Richtung Decke. Mit der Ausatmung heb dich nach oben ab. Der Oberkörper. Schultergürtel von der Wand weggehoben. Die Hüfte vielleicht auch ein klein wenig gehoben. Und dann geht es nach oben. Du kannst dich wie so an einem Seil hochziehen mit den Händen. Kleine Bewegung in dieser Aufrichtung. Und dann leg dich wieder ab. Zieh dir die Knie heran. Gut. Verschränk jetzt deine Hände unter dem Kopf. Die Beine angewinkelt in der Luft. Also die Knie über der Hüfte. Die Füße auf Kniehöhe. Vorbereitend einatmen. Ausatmen. Hebt den Oberkörper. Leichte Drehung nach links. Rechte Schulter Richtung linkes Knie. Rechte Beine lang ausgestreckt. Knapp über den Boden. Einatmen. Geht es zur Mitte zurück. Ausatmen zur zweiten Seite. Also linke Schulter geht nach rechts. Und das linke Bein in die lange Streckung. Knapp über der Matte. Ein geht es wieder zurück. Und das jetzt fließend. Immer abwechselnd ein Bein ist weit weggestreckt. Und der Oberkörper dreht zum angewinkelten Knie hinüber. Immer einatmen. Zurück. Ausatmen. In die Drehung rein. Einmal noch rechts und links. Und dann leg dich mit dem Oberkörper ab. Greif dir die Knie. Zieh dir heran. Einatmen. Vorbereiten. Ausatmen. Lös auf. Streck dich auf der Matte lang aus. Verschränk die Finger. Schieb die Handflächen vom Kopf weg. Über die Decke. Schieb die Fersen weit weg. Streck die Zehen weit weg. Okay. Dann zieh wieder die Knie heran. Greif dir mit den Händen. Heb den Kopf. Heb den Oberkörper. Und schwing. Roll über den Rücken. Vor und zurück. Richtung Schultergürtel. Richtung Hüfte. Und dann roll bis vor auf die Hüfte. Der Wechsel zum Vierfüßler. Also die Hände unter die Schultern. Von hier geht es dann in den abwärts schauenden Hund. Fürs erste kleine Bewegung. Also abwechselnd die Knie anbeugen. Dann beide Knie gleichzeitig angewinkelt. Und wieder gestreckt. Einatmen geht es zur Planke der hohe Liegestütz. Ausatmend leg dich auf der Matte ab. Einatmend eine kleine Kobra. Heb den Oberkörper nach vorn. Ausatmend leg dich wieder ab. Über den Vierfüßler geht es wieder zum abwärts schauenden Hund. Streckung nach hinten oben. Vorbereitend einatmen. Ausatmend leg die Knie ab. Leg die Unterarme auch auf der Matte ab. Was jemand vom Delfin kennt. Der Tiger mit dem Unterarm am Boden. Füße aufgestellt. Streck dich mit der Hüfte nach hinten oben. Der volle Delfin. Also lange Strecken am Rücken. Die Unterarme am Boden. Es geht noch etwas weiter zurück mit den Füßen. Und in den tiefen Stütz auf den Unterarm. Schaff im Oberkörper weiter. Also zieh den Brustkorb nach vorn. Schieb die Fersen nach hinten. Wieder vorbereitet. Einatmen. Ausatmen. Leg die Knie und Hüfte ab. Einatmen geht es in die Sphinx. Also heb dich mit dem Oberkörper nach vorn oben in die Weite. Ausatmen. Ausatmen. Wieder abgelegt. Ausatmen geht es wieder in den tiefen Liegestütz auf den Unterarm. Ausatmen. Wieder abgelegt. Die Knie, die Hüfte. Einatmen geht es in die Sphinx. Ausatmen. In den unteren Liegestütz. Kleine Variante. Rechte Bein gehoben. Atme. Rechten Fuß wieder abgesetzt. Heb das linke Bein ein paar Zentimeter an. Halte. Die Haltung. Atme. Beide Füße wieder abgelegt. Knie, Hüfte abgelegt. Einatmen. Sphinx mit dem Oberkörper nach vorn oben. Ausatmen. Zehen aufstellen. Abgestützt. Und bring das rechte Knie angewinkelt, seitlich nach vorn. Streck es wieder zurück. Stell den Fuß wieder ab. Gleich mit links. Linke Bein gehoben. Knie angewinkelt. Seitlich nach vorn gezogen. Gehalten. Dann linke Bein wieder nach hinten gestreckt. Abgestellt. Leg Knie und Hüfte ab. Einatmen. Sphinx. Weit im Brustkorb. Aus. Nochmal einatmen in der Sphinx. Ausatmen. Geht es wieder in den tiefen Stütz. Es geht wieder in den Delfinen. Schiebt die Hüfte nach hinten oben. Lauf in den Füßen etwas nach vorn. Komm hier an. Dann leg die Knie ab. Komm zurück in die Stellung des Kindes. Du kannst die Hände unter die Stirn bringen. Du kannst die Hände auch nach hinten bringen. Lass hier los. Nimm Kontakt mit deiner Atmung auf. Verlänge die. Vertief die. Atme sehr gleichmäßig, fließend. Es geht weiter. Aus der Stellung des Kindes streck die Arme nach vorn. Komm über den Vierfüßler wieder in den abwärts schauenden Hund. Bring Länge in den Rücken. Atme. Einatmen geht es nach vorn in die hohe Planke. Schließ die Füße, also zusammengestellt. Roll auf die rechte Außenseite vom Fuß. Und bring den linken Arm nach oben. Die seitliche Planke. Drück mit der rechten Hand sehr kräftig in die Matte. Linke Arm weit nach oben. Mit der Ausatmung bringen die Hand nach unten zur rechten Hüfte. Einatmen. Linke Hand wieder nach oben. Einatmen weiter. Ausatmen. Kommt die Hand ran zur unteren Hüfte. Einatmen weiter. Ausatmen. Geht es zurück zur Planke. Zweite Seite. Nach links. Außenkante vom linken Fuß. Bring den rechten Arm nach oben. Auch das mit der Atmung. Ausatmen. Kommt die rechte Hand unten zur Hüfte. Einatmen. Nach oben. Ausatmen. Schließen. Einatmen. Schaffe weiter nach oben. Ausatmen. Wieder schließen. Die Hand geht unten zur Hüfte. Einatmen. Weiter. Ausatmen. Stütz beide Hände ab. Komm in den hohen Stütz. Einatmen. Ausatmen. Chaturanga. Der Tiefe stützt. Dann ablegen. Einatmen. Die Cobra. Zieh dich nach vorn. Ausatmen. Ablegen. Einatmen. Geht es nach oben in die Planke. Aus. Zurück zum abwärts schauenden Hund. Atme vorbereitend ein. Ausatmen. Setz die Knie auf der Matte ab. Kreuz die Füße und setz dich nach hinten hinter deine Füße. Es geht im Sitz weiter. Oder hier in Varianten vom Boot. Gut. Als erstes stütz die Hände hinter dem Rücken ab. Der Oberkörper schön weit. Die Beine angewinkelt. Gehoben. Sodass die Füße auf Kniehöhe kommen. Also Navasana das Boot. Hebe den Brustkorb. Schaffe weiter im Brustkorb. Soweit vom Rücken alles passt. Bring die Hände nach vorn. Die Schulter nach hinten. Gerollt der Brustkorb weit. Atme. Und jetzt ähnlich wie vorhin schon mal auf dem Rücken. Bring beide Arme nach rechts. Leichte Drehung des Oberkörpers nach rechts. Atme. Vielleicht auch mal lächeln. Es geht nach links. Atmen. Spüre die Kraft der Körpermitte. Achte auf den unteren Rücken, dass der sich immer noch wohlfühlt in der Haltung. Bring die Hände wieder rechts und links. Atme noch mal ein. Ausatmen. Leg dich fast nach unten ab. Es geht deutlich tiefer. Und wieder nach oben. Einatmen. Fast ablegen. Ausatmen. Wieder hoch ins Boot. Einatmen. Fast ablegen. Ausatmen. Geht es wieder hoch ins Boot. Einatmen. Fast ablegen. Ausatmen. Wieder Boot. Gut. Ein. Fast ablegen. Und dann zieh die Knie heran. Atme aus. Apanasana. Entspannung. Atmen. Dann stell die Füße wieder auf. Es geht noch einmal in eine Drehung. Leg als erstes das rechte Bein über das linke. Die Arme seitlich abgelegt. Verlagere die Hüfte etwas nach rechts. Und roll mit der gesamten Hüfte nach links. Verschränke die Hände jetzt unter dem Kopf. Atme noch einmal ein. Ausatmen. Hebe den Oberkörper gerade ein Stück an. Einatmen. Ablegen. Ausatmen. Anheben. Einatmen. Ein-Ablegen. Aus-Anheben. Machen wir noch ein paar Runden in einem eigenen Tempo. Immer ausatmen. Anheben. Einatmen. Wieder ablegen. Dann leg dich wieder ab. Roll mit der Hüfte zurück. Änder die Verschränkung. Linke Beine übergelegt. Hüfte nach links verlagert. Dreh mit der Hüfte und den Beinen nach rechts. Die Hände unter dem Kopf. Atme vorbereitend ein. Ausatmen. Kopf und Oberkörper angehoben. Einatmen. Ablegen. Ausatmen. Anheben. Einatmen. Ablegen. Ausatmen. Geht es hoch. Einatmen. Ablegen. Ausatmen. Geht es hoch. Einatmen. Ablegen. In deinem Tempo. Ein paar Mal noch. Tiefatmen. Bring Kraft in die Körpermitte. Achte auf den unteren Rücken, falls er das nicht mag. Geht es nicht so weit rein. Einmal noch. Dann abgelegt. Die Hände bleiben hinter dem Kopf. Bring die Hüfte wieder zurück. Löst die Verschränkung der Beine. Die Hüfte mittig gelegt. Bring die Fußsohlen zusammen. Lass die Knie nach außen sinken. Badakon Asana im Liegen. Streck die Arme nach vorn, Richtung Füße. Und hebe dich mit dem gesamten Oberkörper nach oben an. Halte das. Atme. Einatmen. Ausatmen. Und leg dich wieder ab. Bring die Knie wieder zusammen. Atme. Und dann streck die Beine auf der Matte lang aus. Streck die Arme über dem Kopf in die Länge. Also maximale Streckung des gesamten Körpers. Auch die Zehen weit weg strecken. Fingerspitzen weg strecken. Lass wieder los. Mach es dir ganz bequem. Du kannst, wenn du magst, die Beine aufstellen. Die Knie zusammenfallen lassen. Fersen leicht nach außen gestellt. Die Hände auf der Bauchdecke. Komm hier nochmal in eine ganz entspannte Position an. Atme. Lass dich Richtung Boden sinken. Lass deine Atmung fließen. Gut. Und in deinem Tempo komm wieder zurück in einen bequemen Sitz. Bedanke dich bei dir für deine Praxis. Namaste. Ich grüße das Göttliche in dir und in mir. Das war's für die Bauchmuskeln. Ich hoffe, es ist ein bisschen heiß geworden in der Körpermitte. Wir freuen uns auf ein Feedback. Du kannst uns ein Like schenken, eine E-Mail schreiben, einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns auf deine Meinung. Gut. Die Yoga-Matte, Zubehör, das Outfit, wenn du magst, gibt es bei Yoga Stilvoll. Und wir verabschieden uns für heute. Bis bald. Tschüss.